Programm für den Anfang der Spätschicht. Für 14.15 Uhr bereitstellen zwei Versuchswagen vom Typ GT zur Erprobung auf der Schnellfahrbahn. Für den Versuch sind einzubauen in Wagen GT10, Motortyp F mit alter Vergaserabstimmung. Hinterachse, Kardanwelle, Federung nach Sonderprogramm. In Wagen GT9, Motortyp C5 mit neuer Vergaserabstimmung und Versuchssaugrohr. Fahrer GT9, der Chefingenieur. Fahrer GT10, der Leiter der Versuchsabteilung. GT, Gran Turismo. Die Wagen sind dafür bestimmt, bei hohen Geschwindigkeiten Bauelemente schneller Fahrzeuge zu erproben. Vor allem die Formen der Karosserie, zum Beispiel Heckformen, ihren Luftwiderstand, ihre Seitenwindempfindlichkeit. Für derart hohe Geschwindigkeiten gibt es keine idealere Strecke als diesen Kreis. Der Fahrer kann völlig seitenkraftfrei fahren, lenkt mit dem Gaspedal. Er hat das höchste Maß von Sicherheit, kann sich ganz auf seine Versuchsaufgabe konzentrieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018